Ihr habt heute die Möglichkeit fünf mal Premium zu gewinnen, also fünf mal einen Monat Premium. Willkommen Leute zu einem neuen Video und heute mal wieder eine Runde Minecraft Skywars auf der schönen Map China. Und mit dem Tank Kit, ja ich habe ein paar Sachen anzusprechen und zu einem habt ihr schon im Titel gelesen eine Gomme Premium Verlosung, da komme ich aber gleich nochmal zu. Und noch eine andere Sache, denn ihr habt schon bemerkt, das Video kommt heute nicht pünktlich um 6 Uhr morgens, wie das wirklich seit sehr 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 vielen Monaten immer der Fall war. Also es gab eigentlich gar keinen Tag, wo das Video nicht um 6 Uhr kam, wenn überhaupt kam es sogar noch eher, aber es gab eigentlich gar keinen Tag so, wo halt, wo man sagen konnte, das Video ist nicht pünktlich. Zumindest was die 6 Uhr morgens angeht, ne. Also wir wollen nicht über die 19 Uhr Videos sprechen, da ist das immer so eine Sache. Ich meine, ich gehe zur Schule, da muss ich gucken, wie ich das manchmal auf die Reihe bekomme, aber es geht ja jetzt wie gesagt in erster Linie um das Video, was primär um 6 Uhr morgens erscheint. Ja, also ganz kurz Leute, das Video, was heute eigentlich um 6 Uhr morgens online kommen soll, also das Video jetzt, was ihr gerade anschaut, das ist halt aus dem Grund nicht online gekommen, weil ich gestern noch sehr 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 lange unterwegs war. Und, äh, ich hätte dann keine Zeit mehr, oder, ähm, ich war einfach viel zu müde, um das Video noch aufzunehmen, da hab ich mir gedacht, ey, komm, ganz im Ernst, ich kann mich jetzt hier quälen, ich kann mich jetzt hier quälen, noch ein Video aufzunehmen, oder ich mach das Ganze lieber morgens, wenn ich Spaß dran habe. Und da dachte ich mir, komm, nimmst du das Video, alter, der hat ein nice Schwert, Sharpness und Fire Aspect, das ist not bad, das nehme ich mir auf jeden Fall, ähm, da dachte ich mir, wie gesagt, komm, dann nehme ich das Video lieber morgens auf, bin heute dementsprechend früher aufgestanden, also ich bin schon um 6 Uhr 50 aufgestanden, das am Wochenende, also das muss mir erstmal einer nachmachen, ähm, weil, ich meine, Wochenende, wenn man dann noch zur Schule geht, dann ist das einfach purer Luxus, ich, also für mich zumindest, wenn man sich dann ausschlafen kann, und dann so früh aufzustehen, das ist dann ein bisschen komisch für mich, aber, was macht man nicht alles, ne, damit halt schönen Videos kommen. Ja, ähm, es macht mir ja letztendlich auch Spaß, das ist ja auch wichtig, aber, das ist halt an gewissen Tagen einfach so, dass man sich da, äh, wow, 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 das war, ah, fuck, das war eine kritische Angelegenheit jetzt, und ich hatte sogar eine Enderperle, aber der brennt einfach, das ist mega nice, finde ich. Ähm, wie komme ich jetzt da rüber, boah, ich bin so dankbar, dass ich jetzt hier die Spinnnetze hatte, okay, er rennt weg, also er hat auf jeden Fall Angst vor uns, das ist schon mal gut, und er rennt wieder weg, nice, alter, nein, der ist auch im Spinnnetz, kann ich nicht, aber der ist verbrannt, alter, geiler Scheiß, ey, Junge, das Schwert ist richtig, richtig geil, warte mal, ich mache dir die Durability an. Nein, 18 Schläge noch, nein, das Schwert darf nicht kaputt gehen, von wo hat der das krasse Schwert, hat er es selber gemacht, oder gibt es irgendwie ein Kit, das so ein Schwert hat, das interessiert mich gerade voll. Okay, keine Ahnung, aber geiler Scheiß auf jeden Fall, sollte mir aber dann, ähm, definitiv ein Zweitschwert machen, weil ich sonst hinterher ohne Schwert dastehen, das wäre ja nicht so gut, wenn das kaputt geht. Sonst packe ich mir einfach mal hier hin. Ja, also deshalb kam heute halt, wie gesagt, etwas später das Video, aber ansonsten, wie gesagt, wenn ihr das erste Video, beziehungsweise das zweite Video von gestern nicht gesehen habt, das haben irgendwie, glaube ich, ziemlich wenige gesehen, dann, äh, könnt ihr euch das gerne nochmal anschauen, das werde ich euch oben in der Videobeschreibung verlinken und dann hat sich das Ganze auch schon, ähm, ja, jetzt wäre ich aber auch schon soweit fertig mit dem Ganzen und es geht, wie gesagt, heute mal um Gormit-Premium und das sogar stolze fünfmal, wie ihr schon im Titel wahrscheinlich gelesen habt, ähm, das Gormit-Team hat mir nämlich fünfmal einen Monat Premium zur Verfügung gestellt, also zum Verschenken, zum Verlosen, was auch immer, ich hätte alles damit machen können, aber ich hab mir gedacht, ich verlose das Ganze natürlich an meine Abonnenten und dementsprechend habt ihr heute die Möglichkeit, fünfmal Premium zu gewinnen, also fünfmal einen Monat Premium. Und, ähm, ich möchte auch natürlich sagen, wie das Ganze abläuft, denn, oh, scheiß, war knapp, das war echt knapp, ich möchte natürlich auch sagen, wie das Ganze abläuft, denn beim Rocket-Gewinnspiel gab es so viele Leute, die irgendwie ziemlich wenig Plan hatten, wie das da ablief, weil sie wahrscheinlich einfach das Video überhaupt gar nicht angeschaut haben oder weil sie, nein, du, nein, nein! Warum passiert mir sowas? Och, Mann, das wäre, oh, Mann, ich hätte ja nicht mal die Ender-Perle werfen müssen. Scheiße! So, und da sind wir wieder zurück und jetzt zocken wir nochmal auf dieser Map eine schöne Runde, wir zocken die Map. Pints hieß sie, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Ähm, auf jeden Fall, Leute, war ich stehen geblieben beim Rocket-Gewinnspiel, da gab es wirklich einige Leute, die sich das Video meiner Meinung nach nicht richtig angeschaut haben, weil sie einfach gefragt haben, äh, wann ist das Gewinnspiel zu Ende, bla, löste das gar nicht auf und ich habe in dem Video klar gesagt, wie ich die Gewinner der Sachen benachrichtigen werde und wenn sich einige Leute das Video nicht ganz anschauen oder nicht richtig zuhören, dann kann ich auch nicht dafür, weil, lol, ich dachte schon, ähm, weil ich habe im Video eigentlich, ja, sehr, sehr deutlich gesagt, wie ich das Ganze auflösen werde und das werde ich in diesem Video auch machen. Ähm, das mache ich immer, das sehe ich da Selbstverständlichkeit an, aber wenn einige Leute das Video wahrscheinlich nur angeschaut haben bis zum Punkt Gewinnspiel oder bis ich gesagt habe, ja, ihr könnt das und das gewinnen und nicht, ähm, darauf gehört haben, wie ich das Ganze auslöse, dann kann ich da auch nichts für. Ähm, deshalb hört auf jeden Fall richtig zu, ich meine, die Leute, die das, ähm, Video vollständig anschauen, sind sowieso immer gut informiert, da braucht ihr euch keine Sorgen zu machen, aber das geht halt in erster Linie an die Leute, die das Video wahrscheinlich nur ein paar Sekunden angeschaut haben, bis sie gemerkt haben, okay, hier gibt es was zu gewinnen und, ähm, ja, das war dann halt nicht so cool, der baut sich da 10.000 Meter hoch. Ähm, ja, auf jeden Fall, Leute, würde ich sagen, starten wir jetzt aber durch. Es geht halt, wie gesagt, darum, dass ihr Gommelprämien gewinnen könnt und wie läuft das Ganze ab, denn, ähm, ja, beim letzten Mal habe ich das Ganze auf YouTube gemacht und habe versucht irgendwie, ähm, verzweifelt die Gewinner zu erreichen per Private Message, also per PN auf YouTube. Und da gibt es wirklich viele Leute, die halt überhaupt gar nicht in das Postfach reingeguckt haben, ähm, weshalb, äh, weshalb ich mehrmals Leute anschreiben musste, der Weihnachtsmann, Mann, schreibt, nee, läuft bei dem. Ähm, es gab, also ich musste mehrere Leute anschreiben, bis ich überhaupt eine Antwort bekommen habe, dass, äh, der oder diejenige gewonnen hat. Also es war wirklich nicht einfach für mich, Alter, die Blöcke backen, die Blöcke backen einfach richtig. Es sieht so aus, als würden teilweise Leute fliegen hier, was ist denn da los? Ähm, ich musste sehr viele Leute anschreiben, bis ich endlich mal eine Antwort bekommen habe. Und deshalb werde ich das diesmal so machen, dass ich das Ganze auf Twitter mehr oder weniger stattfinden lasse. Also, weil auf Twitter hat man halt den Vorteil, dass man die Leute direkt per PN anschreiben kann, dann sieht man das auch direkt und dann gibt es auch keinen Stress. Und das ist halt einfach für mich viel, viel einfacher. Ähm, deshalb Leute, wenn ihr teilnehmen wollt, müsst ihr auf jeden Fall Twitter haben diesmal. Ich kann da nichts für, weil es kann nicht sein, dass ich dann irgendwie wieder 10.000 Mal Leute anschreiben muss. Und das war dann irgendwie doch ein bisschen doof so. Und das ist halt auch einfach, wie gesagt, für alle viel einfacher, wenn man dann einfach auf Twitter angeschrieben wird. Man sieht es direkt und wird sogar, wenn man die App auf dem Handy installiert hat, ähm, auf Twitter so eine Push-Benachrichtigung. Man bekommt sie halt. Und ich fange aber jetzt mal an. Also, wie könnt ihr ihn überhaupt gewinnen? Also, ihr müsst halt einfach nur in die YouTube-Kommentare euren Twitter-Namen schreiben. Das ist ganz wichtig. Und, ähm, es sieht so komisch aus, ne, teilweise. Ihr müsst einfach in die YouTube-Kommentare euren Twitter-Namen schreiben. Und, ähm, ja, schreiben, warum ihr Premium auf dem GOMAD.net-Server haben wollt. Das muss kein Roman sein. Das kann einfach eine ganz einfache Erklärung sein. Aber zumindest so ein ganz einfacher Grund sollte da schon in den Kommentaren stehen. Okay, den haben wir. Und er hatte auch dieses, äh, Feuer-Schwert. Yo, ich hoffe, ich überlebe aber. Ich überlebe noch, ich überlebe noch. Also, er stirbt. Nein, ich hatte nämlich wenige Herzen. Fuck. Egal, war trotzdem nice. Der Itzecker-Kollege. Ihr schreibt einfach in die YouTube-Kommentare, warum ihr GOMAD.net-Premium haben wollt. Und euren Twitter-Namen. Und, ja, die Auflösung wird halt am Donnerstag sein. Aber, ich werde die Auflösung so machen, dass ich, ähm, die Leute einfach, wie gesagt, per Twitter anschreiben werde. Ich werde nicht extra ein Video dazu machen. Weil das meiner Meinung nach unnötig ist. Und, ähm, ja. Ja, also, die Leute, die gewonnen haben, werden, wie gesagt, benachrichtigt. Und das am Donnerstag, also direkt zu Weihnachten. Ich dachte mir, das wäre doch ein ganz gutes Geschenk, so. Und, ja. Also, falls ihr teilnehmen wollt, einfach den Grund in die YouTube-Kommentare. Und euren Twitter-Namen in die Kommentare. Und, falls ihr keinen Twitter habt, Leute, dann tut es mir leid. Ich kann da nichts für. Ähm, weil sonst endet das wieder im Chaos, wie beim letzten Mal. Und, ähm, ja. Einen Twitter-Account zu erstellen, ist jetzt nicht schwierig. Es ist, wie gesagt, umsonst. Und, ähm, ja. Von daher seid ihr sowieso, wenn ihr Twitter habt, immer auf der sicheren Seite, was Neuigkeiten meinerseits angeht. Deswegen könnt ihr da, wie gesagt, gerne vorbeischauen auf Twitter. Mein Twitter-Link ist in der Beschreibung. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns morgen wieder. Ne, heute um 19 Uhr. Na, stimmt. Heute um 19 Uhr bei einem Zweitvideo. Falls ihr das Zweitvideo von gestern nicht gesehen habt, dann zieht euch das definitiv nochmal rein. Und, dann wünsche ich auf jeden Fall allen viel Erfolg. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und, ciao.